ruf mal jason oder so an er stand hier gerade die ganze zeit da eben haben wir ein fahrzeug von uns gefunden total zerschossen und da fehlen ebenfalls zwei officer und er hätte wasser o'brien sein und oh ja die sind hier komm her weniger komm rein komm rein die haben nämlich gesagt die stapeln hier die müssen hier irgendwo liegen steigt aus steigt aus steigt aus 119 der baumhockt 119 der baumhockt 119 der baumhockt der support ist auch gleich klar weg mit dir was ich dachte auch schon was mit 20 nein nein ich hab bald 26 dann ich liege selber schuld ja das war wieder andolini abends der kleine keckerl was soll das denn heißen er fährt auf meiner ruf der ruf wird der ruf ist ein hotel vorbei richtung hrw base ja also noch einige der ist wieder hinter uns aus ja 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 ich habe der reiz ist nicht nur noch nicht der ruf ist zu vor der hand vor der ruf ist mir in richtung zu lesen und dennoch der körper ist die alte wir sind würfelpfad und wir werden noch ein fahrzeug verfolgt oder körper 1 ist der jetzt weg machen kommen los Steig aus, wir haben uns was dafür folgt. Halt rein! Halt rein! Oh Scheiße! Ah ja, wir hören es schon. Aber wo? Sollst du noch auf dem Gate noch? Auf dem Dach? Ja, ich sehe wahrscheinlich, ja. Ah, hau ab. Ich sehe es. Der ist ausgestiegen, oder? Da ist das Fahrzeug, genau. Bleiben Sie schnell bis später so. Sondern das Police Department in der grüne T20. Fliehen Sie nicht vor uns, oder wir müssen weitere Maßnahmen nachgehen. Wollen Sie das? Ich glaube nicht, Sie haben keine Chance. Hier ist eine erste Folge. Ergeben Sie sich der T20. Ergeben Sie sich der T20. Ergeben Sie sich hier. Ja, fahren Sie rechts ran. Alter, so einfach geht das. Wollen wir ausschlafen. Wollen wir ausschlafen. Mein Gott, der Jugula, wenn Sie gleich nicht den Gefährlichen anwollen, fahren Sie weg. Hier ist ein Blaulichtfahrzeug. Fahren Sie rechts ran oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was mit mir was geht. Dann drückt ich die Baustelle hin, und dann zeigt sich die Baustelle hin. Bei der Richtung Westen. Bei der Richtung Westen, jetzt gleich schwecken die Palette und los. Oh, Scheiße. Ich bin hierher etwas rübergefordert. What the way is. Bei der Richtung Westen unterwegs, jetzt… Haha, du kannst mich nicht rotern. Ich dachte mir hier. Ich glaube, ich höre zu. Ich glaube, ich höre zu. ja ja jetzt stehe ich aber definitiv nicht mehr auf ich auch ja ja also doch genau hör mal der ganze entspannung Oh, leck doch mir was. Das sind sie. Oh, ähm. Oh, ja, dann bin ich wie eine Mauer hin, wie eine Mauer zieht, wie eine Mauer und dann einfach reinholfen. Hier ist jetzt jetzt den Vordersten Schaft, der Vordersten Schaft, haltet rein, haltet rein. Mach den weg, ich fülle den weg hier ab hier. Einfach geradeaus durchhalten, ne? Da drüben im Garten, da drüben im Garten endlich, ne? Schön, dass ich von den Kollegen von hinten beschaffen werde. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Jetzt gehen wir euch direkt auf den Schaft, der kann sich auf den Pferd. Ja, ja, ja. Jetzt holen wir uns. Lass da landen auf das Dach, auf das weite Dach da, oder? Genau, einfach hier hinten und gerade noch vor den Bruder. Was war das? Kommt jetzt nicht auf den Osten. Riecht auf Osten sind richtig viele von denen. Ja, dann kümmert sich der Helix. Können sie landen, machen so den, ja, genau. Ja, einfach, riecht auf den Autos, nennen sie die 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 Autos. Riecht auf Osten, das sind nur ein Schlau! Das sind noch mehr! Hol' ihn wieder, jetzt riecht du uns! Mit genau zu unseren Masse jetzt. Frank, unten, unten an der Treppe! Ja, ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen! Ja, wir werden halt verbrechen! Entschuldigung! Wir haben uns von hinten in der Pfanne, also ihr müsst jetzt eine Seite pushen, rennt da einfach drauf jetzt! Ich bin auch gleich wieder, sorry. Ich hab die Masse verwandt, haben wir uns geschehen. Kommt, Army Soldaten, weiter hier! Weiter, weiter, weiter! Kommt! 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 Was war das? Höhe! Höhe KH2 sind jetzt am KH2! Wir sind jetzt am KH2! Wir sind jetzt am KH2! Ja, genau der! Da, 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 da! Rechtsrand von der Herr! Stehenbleiben! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Wo bist du hin? Sag' mal! Alter Schwede Ja, der, der, hier, der wird in, der wird Ja, ja, der fährt runter in die Tauen Ja, ist dränglich im Kreisel drin Untertitelung des ZDF für funk, 2017